Untertitelung des ZDF, 2020 Ich vermag dich reich zu machen. Reich genug, um eine Prinzessin zu beeindrucken. Was muss ich dafür tun? Es gibt eine Wunderhöhle. Bring mir die Lampe. O Meister, der mich rief herbei, ich halte mich an meinen Schwur. Der Wünsche habt ihr derer dran. Kleiner Scherz, schau her. Achtung. Ich hab den Dreh vorauswert, sonst noch eine Freund wie mich. Hey, wie wär's mit einem Prinz? Da gibt's aber eine riesige Grauzone bei Wie wär's mit einem Prinz? Ich könnte dir einfach einen Prinz machen. Oh, nein. Habt ihr meinen Palast gesehen? Dein Äußeres ist das eines Prinzen. Dein Inneres hab ich nicht verändert. Showtime. Nein, ich hab das Sagen hier, okay? Ich entscheide, wann's losgeht. Echt jetzt? Ich dachte, eine Prinzessin darf überall hin. Nicht diese Prinzessin. Vertraust du mir? In deiner Welt. Augen auf, es kommt mehr. So gibt es unendlich viel zu sehen. Und es wird immer besser. Ich bin so völlig frei. Es ist das Zeit. Die Welt nur für uns. Keine Freund so schön. Die Welt nur für uns.